Antill, Mann. Oder? Sehe ich doch richtig. Er stand jetzt auf dem Dach, oder? Ist jetzt wieder weggeflogen. Bist du eigentlich hierher gekommen? Bist du nicht mit ihm geflogen? Ich habe schon abgesprochen. Ja, gerade noch so. Ja, sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Weiter geht's. Ja, aber maximal noch 1,3,3,3,2 Uhr. Ja, 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 ja. Hä, weil ich dachte, den heißt, machen wir jetzt noch. Ja, klar. Nee, soll, vergess das. Ein Eiforberater ist noch vorbei, weil ich bin echt am Arsch. Was ist denn das mit Details? Die wollen wir gar nicht wissen. Ja, ja. Was hat denn der Chat? Sollen wir weitermachen? Ja. Ich höre nichts Negatives, ne? Also von daher, Schweigen ist Zustimmung. Hahaha, ja, 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 ich dachte, das ist echt krass. Ja, Ghost. Ja, der hat den gleichen Namen wie du, das ist interessant. Ich bin echt nicht mehr klagen auf Namensrechte. Was für Shit. Ja, in der Zeit, die nächsten machen wir doch, aber dann ist Schluss, weil ich bin echt kaputt. Wir sind alle müde. Ja. Das heißt, wir können nicht mehr so viel Blödsinn machen. Also von daher... Jetzt geht's wieder sehr gut. Till, komm, du kriegst auch noch eine. Jetzt schnell weg. Hör auf, geh auf, auf, ha ha ha. Wo ist meine Karne? Ich weiß es nicht. Wie ist das so abgestellt? Haben wir schon eine Einladung? Nee, keine Einladung. Soll ich mitnehmen? Hahaha. Wer hostet jetzt eigentlich? Till. Der Tillmann. Sehr gut. Der Tillmann. So, gerade noch entkommen, hahaha. So. Ach Gott, ist das das mit dem Müllwagen wieder? Ich fahr diesmal den Müll, ich fahr diesmal den Müll, LKW. Ich, 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 ich mach die Beifahrer. Ich mach die Beifahrer. Ich schlech mir jetzt Cäsar. Ah, es lohnt mich, wie ich euch anstellt. Ja, gut wird das. Oh. So. Wen ist jetzt Munition kaufen und Panzerung? Nix. Nix. Ah, hier haben wir Müllvereine, das passt schon. Panzerung ist bei dem Level so, bei dem Teil sowieso überbewertet. Ja. Go, go, go! Nein, das bin ich Müllfahrer, falsch. Hm? Sieht doch ab, oder Simon. Naja. Feel free. Ja, ihr zwei passt doch irgendwie gut zusammen. Wie Mutter und Tochter. So. Man weiß es aber nicht. Nee, man weiß es nicht. Ich denk mal Joga zu sagen. Ja, das ist so gut, der weiß ich war. So, heiß. So. Ich fahr beim Horst mit. Hey. Hey. Ron's about to start talking to you. Ron. Ron! Time to work you lady schlubb. Hold on, here he is. Hey. Ah. Hey. Wut Republicans 시 Štau Kalki? Sup? Get over to the recycling sector and hold two every battery. D friendships. Um. Being a trash collector is a good job, you know, das beginnt and reflective when you're probably still up and wired enough to work. wisdom Ron. Yay! So, die Trash-Trucks get used by the Magos for their collection rights. Security guards are unfair people, so I and you can be right here. Take him out before you take the truck, all right? Oh, 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 oh. Ah! … … … … … … … … auf die Europäer muss er ist schon bemüht jetzt Oh, hier steht ja bestimmt wieder das Das war ein guter Start Mit Sack wird es besser Oh Gott Warte, ich komm Warte, wir haben ja nur 10 Minuten Da, Hack Nein, geht doch Okay, also jetzt habe ich es Ja, jetzt Ah, da gab es eine Abkürzung irgendwo, ne, habe ich jetzt Ich fahre es nur über die rote Ampel drüber, ausnahmsweise Okay, okay Hm, hm, hm Hm, hm, hm Wieso war es nicht? Ihr müsst die Säcke einsammeln Tut mir doch Ich bin fertig. Ah, gut, gut, gut. Ah, ich bin fast tot wegen dieser Drecks-Tussi Stopp! Ich bin fast tot, ich bin fast tot! Und dann jetzt Panzerung und was essen! Genau! Ah, mir geht's wieder super! Ich muss mir auch kurz Panzerung! Ja! Und wir haben noch Panzerhüten! Ah! Autsch! Ja, macht weiter! Schaut's aus! Du bist der Sack! Du bist der Sack! Du bist der Sack! Du bist der Sack! Ja! Auah! Auf! 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 Ok, eins noch, weil das so gut gelaufen ist. Ja, du solltest, das... Hier bist du jetzt so drin, in der Nummer. Es ist quasi ein Flow. Tear. Du verstehst jetzt alles kaputt zu machen. Ja, du solltest, das ist alles kaputt zu machen. Du solltest, das ist alles kaputt zu machen. Du solltest, das ist alles kaputt zu machen.